Ich bin Pepe Niednagel, Schüler des hiesigen Gymnasiums. Sehen Sie das da? Das ist unser Bildungsschuppen. Aber Bildung wird vorwiegend klein geschrieben. Dafür sorgen die Lümmel von der ersten Bank. Lehrer sind Gemütsmenschen. Sie quälen sich, das Beste aus ihren Schülern herauszuholen. Denn wir feiern heute den Tag des Missverständnisses. Des Missverständnisses. Aber das ist doch Unsinn. Missverständlich. Welcher Idiot ist denn auf die Blödsinn-GED dieser Veranstaltung gekommen? Sie, Herr Direktor. Im Schriftlichen sind Sie ungenügend. Dafür leisten Sie im Mündlichen Vorzügliches. Die Lümmel von der ersten Bank. Was denn, was denn? Schon wieder ein blauer Brief? Ja. Wie blau? Violett. Versetzung fast ausgeschlossen. Das ist eine Schweinerei. Ich möchte bloß wissen, was die Leute gegen uns haben. Aus diesem Fenster hat er sich heruntergestürzt. Hier. Da ist er ja. Wo? Hier, Herr Doktor. In dieser Schule arbeiten Lehrer und Schülerinnen Hand in Hand. Voranschlag. So sein. Ist das klar? So. Und jetzt probieren Sie es einmal. Man lernt alles spielend. Auch die Liebe. Wenn Sie wissen wollen, wo Ihre Tochter die Nacht verbringt. Im Gasthof Nachtigall. Und was dann? Dann fragst du ihn, ob du die Pulli nehmen sollst. Weil deine Mitschüler so frech sind. Wie kommst du denn darauf? Vielleicht hat sie es in einem Gestüt gesehen und eine Stute hat es gesagt. Hinaus! Das ist es! Gib meine Sachen, Jonke! Meine Sachen! Du! Wenn du nicht sofort aufwachst, schlage ich die Tür! Ein Rüstling! Hilfe! Hilfe! Alles in den Keller! Alles in den Keller! Wir hatten Ihnen erlaubt, Alarm zu geben. Und jetzt wird der Bildungsnotstand ausgerufen. Die Lümmel von der ersten Bank. Ein Feuerwerk der guten Laune und der sprühenden Einfälle. Ein Film für Eierköpfe und Zwergschüler. Hier geht's rund. Im Schabernack, im Schabernack, da sind wir alle sehversiert. Im Schabernack, im Schabernack. Im Schabernack, im Schabernack.